hallo und herzlich willkommen zu einem neuen kuriosen versicherungswissen video mein name ist nico von laikam versicherungsmakler und heute beschäftigen wir uns mit der atomunfallversicherung das österreichische startup in short text startup lami hat im portfolio eine atomunfallversicherung das heißt falls es mal zum supergau kommen sollte in einem der österreichischen oder um österreich liegenden atomkraftwerke dann würdest du eine summe von 100.000 euro ausgezahlt bekommen das ganze dient dann natürlich als eine art fluchtgeld beziehungsweise als geld das du dann zum neuanfang nutzen kannst also auch so eine neue einstiegs summe die dich dann letztendlich schnell wieder nach oben katapultiert sobald du den supergau entkommen bist also eine lustige versicherung allerdings wenn man sich natürlich die gefahr anguckt die von atomkraftwerken ausgeht ist es natürlich auch mit einem bitteren beigeschmack trotzdem ist das allemal kurios lass am ende noch ein like und ein abo da das freut mich immer ganz besonders wir sehen uns nächste woche zu einem neuen versicherungswissen video bis dahin und ciao